Hallo Leute, unser Video heute trägt den Titel Alles mit Erdbeeren. Erdbeeren gehören zum Lieblingsobst der Deutschen. Neben neuem Wortschatz könnt ihr hier auch die Artikelwörter Jeder, jede, jedes, alle lernen. Jedes Jahr im Mai beginnt die Erdbeerzeit. Und alle Jahre wieder pflücken viele Deutsche ihre Erdbeeren selbst. Jeder Deutsche isst etwa 3 Kilogramm Erdbeeren im Jahr. Alle Deutschen essen gerne Erdbeerjoghurt. Die Farbe jedes Erdbeerblattes ist grün, aber die Farbe aller Erdbeerfrüchte rot. Jeder Löffel Erdbeersorbet ist ein Genuss und alle Erdbeerkuchen sind ein Muss. Jedem Kind schmeckt Erdbeereis, aber nicht allen Kindern schmeckt Erdbeerwein. Den Geschmack jeder einzelnen Erdbeere verbinde ich mit Sommer. Das Aroma aller Erdbeermarmeladen mit Kindheitsträumen. Man sollte jeden Tag mit Erdbeerduschgel duschen, aber nur alle 6 Tage eine Erdbeermaske machen. Jede Frau liebt Erdbeerlippgloss, aber nicht alle Frauen haben Erdbeerfingernägel. Ich küsse jeden Erdbeermund und alle Erdbeerlippen. Nicht jeder Mensch trägt im Fasching ein Erdbeerkostüm, aber alle Menschen sind verkleidet. Und man könnte auch sagen, nicht jeder trägt im Fasching ein Erdbeerkostüm, aber alle sind verkleidet. So, und jetzt zu den Artikelwörtern. Die Artikelwörter heißen so, weil sie genauso wie die bestimmten Artikel dekliniert werden. Also, im Nominativ Jeder, jede, jedes, alle. Genitiv Jedes, jeder, jedes, aller. Dativ Jedem, jeder, jedem, allen. Und Akkusativ Jeden, jede, jedes, alle. Und das Wörtchen alles ist ein Indefinitpronomen. Dazu wird es in Zukunft auch einen Videoclip geben. Aber alles, was ich jetzt brauche, ist ein Erdbeereis. Tschüss, servus, baba. Auf Wiedersehen, macht's gut. Euer Deutsch-Global-Team